Das Spiel zwischen den Askö Korki Schrottenturm gegen den SV Marsch Neuberg fand an einem sonnigen Tag statt. Über 200 Besucher sind gekommen, um die Partie zu verfolgen. Das Spiel wurde von Schiedsrichter Pekteschi Alban und seinem Assistenten Miskic Marco geleitet. Das Spiel startet gleich mit hohen Bälle, welches das gesamte Spiel durchzog. Viel zu berichten gab es in der ersten Halbzeit nicht. Es gab abgesehen von vielen hohen Bällen und kaum nennenswerte Angriffe nur zwei gelbe Karten und 14 Fouls. Bei diesem Freistoß flog der Ball knapp am Tor vorbei. Auch nach der zweiten gelben Karte brachte der Freistoß nichts. Beenden wir lieber die erste Halbzeit und widmen uns lieber der zweiten Halbzeit gleich nach der Werbung. Vom 31.05. bis 1.06. findet am Sportplatz des Askö Rottenturm die 70-Jahr-Feier statt. Am 31.05. ist der Tag des Nachwuchses und am 1.06. findet das Meisterschaftsspiel Rottenturm gegen Grafen Schachen statt. Shoppen mit Sinn und ohne Klimbim, das ist das Motto von Volkshilfe-Burgang-Projekt, Sonnenmarkt und Schatzgrube. Volkshilfe-Präsidentin Verena Dunst lädt alle ein. Und ich lade alle ein, zu uns zu kommen. Hier gibt es ganz, ganz günstige Geschenke für die Oma, für die Enkelkinder oder die Uroma oder die Mama und den Papa. Hier kriegt man einfach alles fast geschenkt. Und ich freue mich, wenn viele Menschen zu uns in die Schatzgrube kommen. Nach Oberpullendorf oder nach Großfetersdorf oder nach Güssing. Genauso lade ich jene Menschen ein, die nicht ein großes Geldbörsel haben in den Sonnenmarkt. Hier kann man ganz, ganz günstig um wenige Euro für jeden Tag das Essen kaufen. Hier braucht man einen Ausweis, aber so viel weiß ich, dass viele Menschen hier es möglich sein muss, zu uns zu kommen. Die Sonnenmärkte gibt es in Oberpullendorf, Oberwart und in Güssing. Ich freue mich, wenn Sie zu uns kommen. Sie sind herzlich eingeladen und freue mich über Ihren Besuch. Schauen Sie vorbei, ob in Oberwart, Güssing oder Oberpullendorf. Sie werden überrascht sein von den vielen Angeboten beim Sonnenmarkt sowie der Schatzgrube. Die zweite Halbzeit stattete so, wie die erste aufgehört hatte. Sauhammel traf den eigenen Teamspieler und Planck versucht aus der Situation etwas zu machen. Aber der Schiedsrichter entscheidet auf freies Stoß für Rottenturm. Diese brachte jedoch nichts. Je länger das Spiel dauert, desto stärker werden die Gäste und kommen immer wieder gefährlich vom Rotenturmertor. Und das ist der nächste gefährliche Angriff der Neuberger. Knapp daneben. Und schon folgt der nächste Angriff der Gäste. Frei Stoß nach einem Foul. Guter Schuss, aber knapp daneben. Und wieder gibt es viele hohe Bälle. Und wieder gibt es viele hohe Bälle. Malz tritt an. Ruter Schuss. Und Tor. Neuberg geht mit 0 zu 1 in Führung. Nach einem scharfen und präzisen Freistoß schafft es Hadic per Kopfball für seine Mannschaft den Befreiungsschlag. 0 zu 1 für Neuberg in der 68. Spielminute. Torschütze Ivan Hadic. Nächster Freistoß. Der brachte nichts. Warum Rottenturm wieder nur hohe Bälle spielt, ist ein Rätsel. Neuerlicher Angriff der Gäste. Abgewehrt. Einer der wenigen Chancen vom Gastgeber Rottenturm. Nächster Freistoß. Paul. Nadakovic knapp daneben. Kein Foul, da er selbst das Gleichgewicht verloren hatte. Wie auch immer, der Schiedsrichter beendet das Spiel mit einem Endresultat von 0 zu 1. Nächster Freistoß. Aber ein Spiel mit der Kirche. ooo Na in den R having machst du vertreib sir? Wir sind hier! Wir sind hier! Wir sind hier! Wir sind hier!